Ja, warum will ich so Kaffeebütchen? Im linken Augenwinkel ist das aufgetaucht. Was machen wir denn jetzt? Ich würde mal sagen, März läuft, ne? Fall da bloß nicht runter. Das ist Onkel Sam. Das ist nicht assi, das ist oldschool, nennt man das heute. Knapp doch zweimal im Monat. Boah. Tja vorne, richtig alter Bauernhof, coole Sache. Was hat das? Komm, nee. Zum Glück hatte ich die Scheibe davor. Die leider ohne dich mit dem Bett, weißt du was? Nee, 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 nee. Oh, wow. Tja. Ah, will ich ein Foto von dir machen, oder was? Baudi, Baudi. Upsa. Ja, Freunde. Wie Faden vom Bastisch aus. Ganz nett gebrannt, die ganze Schose hier. Da gehe ich nicht hinein. Man muss es ja nicht übertreiben, mit dem Reingehen. Aber ich muss es ja nicht übertreiben. Sollte Das ist zu. Warte, Dornen. Warte, Dornen, wie klein. Warte, ich bin nicht empfindlich. Aber es stinkt hier drin. Alter Schwede. Boah. Boah. Alter. Boah. 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 Tja. coole sache Dreckig boah, fieser Geschmack im Mund, ey, das ist ja dickig Alter Hupsala und hopsasa, gucken wir da mal Ja, mal hallo sagen, ne, da drin Hallo? Ja, immer hallo sagen, ne Alter, guck da oben Das sieht ja mal wieder ganz bombastisch aus Geht nicht, nie geht was Tja Freunde, ne zweite Los Plays heute Ganz unerwartet Wann wär da mal was jetzt? Schlüssel da drin verloren Nochmal da rein Die alte Schmierhütte da hinten Ne, 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 ne Sieht aus wie ne Sau Wenn kaputt ist, ist kaputt, ne Kann man nix verändern Ha, 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 ha Peter, hallo, kann man schon mal Camio liefern Boah, wir legen jetzt mal ein Schimmchenchen ab Richtig, richtig Stau, Stau, Stau Ui Wir sind schlau, wir fahren nicht in den Stau Tja Alter Wir wollen jetzt kein Los Plays Oh, Februar, Februar ist schon vorbei Ich würd mal sagen, März läuft, ne Jetzt wieder mal Kaffee Ja Nehmen wir den Schotten Kaffee Ne, Schotten Kaffee nehmen wir nicht Enjoy your coffee Uiuiui Uiuiui Ja Freunde So Jetzt gibt es erstmal den Kaffee Ne, Schätzchen hier Muss ich mir erstmal gucken, wo ich den aufhänge Meine zwei Ballerinas hier Whoop-Bot-Ladies Haha War richtig Spaß gemacht Außer wenn in dem einen Haus war Letzter Lost Place Boah, war halt widerlich eingestankt Weiß nicht, ob da irgendwelche Toten noch in der Ecke gelegen haben So was hab ich noch nie gerochen Ja, ich enjoy jetzt den Kaffee In dem Sinne Wunder 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 Horrido Besinnon hip Wie wir wie